Ist hier Käse? Hier muss doch Käse sein, oder? Alter, ich hab gar nicht gewusst, dass du auch... Was? Ich krieg dich, Digga. Als ob im Kühlschrank kein Käse ist. Geh weg vom Kühlschrank. Okay. Alter, schön gemacht. Ja, aber hat mir das gebracht. Alter, kann ich das Feuerzeug nehmen? Kannst du? Ja, kann ich. Pig, Kitchenleiter. Oh, Digga! Was? Wo bist du? Nirgends. Ich find kein Käse. Richtig und richtig, da hinten ist er. Hinterher. Ich zünd dich einfach an. Nee, nee, bitte nicht. Scheiße. Jetzt kommt gleich Daddy. Daddy und Baby, komm mal. Stell dir vor. Wo bist du? Du bist in irgendein Loch gegangen. Wo ist mein Loch hier?